So wie ihr seht, Bennet hat nebenbei das Haus fertig gebaut. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Survival Minecraft. Ein bisschen verspätet, wie hat er dann schon angefangen. Ja, auf jeden Fall, also wie schon gesagt, Bennet hat, wie ihr seht, den Boden fertig gebaut. Ich bin ja mal weg. Solange ich nämlich Platz schaffen musste. Ich sorge dafür, dass ich demnächst mehr Speicherplatz habe und dann läuft das hoffentlich auch besser. Genau. Das tut mir auf jeden Fall leid, dass ich Bettnerin unterbrochen habe. Und wieso setzt du nicht endlich die Türen da rein? Weil ich unterbrochen wurde. Ich musste aufhören. Du hast mich gehetzt. Wieso brauchst du das ins Haus alles rein? Na gut, ich hole jetzt erstmal meine Sachen. Die Holztüren sind aber schön in dem Textschabett. Geh da mal weg. Ja, ich weiß. Die sind richtig geil, oder? Ja. So, mein Kessel sollte da weg. Der stört da ein bisschen. Hast du die Insta dir schon mal angeschaut? Den was? Die Fenster. Hey, gib mal mein Kessel wieder her. Au, äh, ne. Bitte. Kriegst du nachher wieder. Ja, ich muss jetzt erstmal meine Sachen holen. Okay, also Monster sind jetzt angeschaltet. Genau. Müssten eigentlich sein. Weil die denken, dass Bennet ein No-Doop ist, können wir das jetzt wieder zurückdenken. Bennet ist kein No-Doop. Also. Und der ist nämlich angeschaltet. Ja, Monster sind auf True und wir sind auf Difficulty halt Dingens. Warte. Was machen wir noch? Ja, einfach. Wir können jetzt auch Essen verlieren und ich würde sagen... Ja, sehr schön. Yay, wir verlieren Essen. Wir veressen. Hat er gerade wirklich gesagt, wir veressen? Nein, ich habe gesagt, wir verlieren Essen. Achso. Wir veressen. Ja, ich habe einfach... Und du hast eine Pilsuppe von mir. Ich habe Äpfel. Ganz viele Äpfel. Wir müssen uns dann irgendwann mal ein Feld bauen. Ähm, darf ich den Regen ausschalten? Ähm, normalerweise würde ich sagen, nein. Aber, weil es das allererste Mal ist, noch einmal ja. Sehr gut. Leute, nehmen es mir jetzt nicht krumm, dass ich das zugelassen habe, aber... Der Regen stört einfach und keiner mag Regen in einer Aufnahme. Genau. Sehr gut. Weil dann müssen sich alle konzentrieren und dieses blöde Laute rauschen und was weiß ich noch alles. So, ähm, wird das noch ein bisschen höher gebaut, oder? Wir bauen doch noch eine Dachterrasse hier oben, oder? Ja, ja. Soll ich inzwischen irgendwelche Rohstoffe holen, oder so, vielleicht? Du kannst eine Kiste da irgendwo hinsitzen. Ähm, warte, ich glaube erstmal mit meinen Öfen ist das Zeug fertig. Ich mache jetzt erstmal, glaube ich, ein paar Glasscheiben. Genau. Ach ja, das Glas musst du dir angucken. Das ist richtig episch geil. Ja, habe ich schon gesehen. Okay, wo sollen die Fenster hin? Das ist richtig geil, da kann man die Fenster nämlich schön durchgucken. Ähm, ja, die Ebenen dazwischen. Ja, wie macht man nochmal Glasscheiben? Ähm, du nimmst Glas rein, ich glaube vier, und dann eins nur, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke nochmal, Moment. Crafting Box, äh, da, 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 da. Ah ja, sechs nebeneinander. So, ich setze unseren Kessel jetzt hier hin. So, ich glaube, das müsste reichen erstmal. Hast du noch Holz? Kommt drauf an, welches? Birke. Äh, ich hab, ja, ein bisschen hab ich noch, Moment. Wie viel hast du? Und jetzt gehe ich Birkenholz. 22 und noch zwei Treppen. Oh ja. Hast du Stein oder Eisen für mich? Ich brauche nämlich mal eine Spitzhacke, eine Axt und, ja. Moment. Ich hab, Mann, mach doch nicht gleich alles aus Eisen. Fang erstmal klein an. Gut, ich brauche aber, ich brauche auf jeden Fall eine Axt. Gut, Moment. Ähm. Ich gebe dir erstmal zehn Stück. Zehn. So. Lass dir erstmal genug. Und dann soll ich die Wand aus Eichenholz machen? Jetzt haben wir schon so angefangen und ich finde, das sieht schön aus. Okay. Also alles von außen. Eigentlich von innen einfach. Alter, vielleicht solltest du immer nach Schafen suchen oder Spinnen töten. Ja, ich, äh, ich gehe jetzt auf Monsterjagd. Aber im Moment sehe ich irgendwie keine Monster. Seltsam. Ich habe Monster auf jeden Fall auf True gestellt. Naja, vielleicht sporen sie ja noch. Hast du auf einfach oder? Äh, wir sind auf Difficulty 1. Das ist ein. Ja, deswegen verdienen wir Essen. Ja. Ich gehe von hier aus einfach mal geradeaus. Ich finde schon irgendwas. Äh, ja, ich baue gerade mal unsere Schlafzimmer. Ja. Mach das mal. Schlafzimmer ohne Betten. Hier ist ein Wolf. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht töten. Ja, den heben wir uns auf. Für Hundis. Genau, wow. Ganz viele Wolfis. Wolfi, Wolfi. Ich sehe ein Skelett. Das ist schön. Yay, Spawnmonster. Übrigens, ich habe mir mal angeschaut, was in den neuen Erweiterungen reinkommt. Also in der 1.5. Ja, ich auch. Mein Cuts mit TNT zum Beispiel. Und das ist ein Zombie. Weißt du, was richtig geil ist? Die Skelette sollen jetzt schneller schießen. Ey, ja, ja. Die sollen auch weiter schießen, ne? Ja, das auch. 15 Felder jetzt. Voll mies. Und Zombies exklamieren jetzt ihre Freunde. Echt cool. Oh, ja. Habe ich gerade gesehen. Ich schlag einen Zombie, plötzlich kommt ein Creeper an. Ja, das ist kein Freund. Zombies haben keine Freunde. Nee, Zombies haben keine Freunde. Nur andere Zombies als Freunde. Oh, da ist eine Spinne, eine Spinne. Sehr gut. Gib mir deine Fäden. Sehr schön, ich hab Faden. Von hier aus bin ich nach da gegangen. Gut. Ruhig mir mal die Erde und so, die der Creeper weggesprengt hat. Geh hier mal weiter. Ähm. Ist ein bisschen gefährlich, weil ich keine Rüstung habe. Och nein. Der liebe First King Big Bro hat mal wieder Probleme mit seinem Skippe. Das ist doch ein schönes Problem. Ja. Gut, esse ich eben weiter meinen Apfel. Gucken wir nochmal. Vielleicht ruft er ja schon wieder an. Nein, ruft er nicht. Gut. Werden wir in der Zeit einfach hier ein bisschen weitermachen. Ruhnen wir uns noch ein paar Birken. Holz. Birke, Birke, Birke. Hier war auch noch Birke. Das hab ich gesehen. So. Gleich gucken wir mal, ob er wieder anruft. So. Achtet gar nicht drauf. So. Ist leider noch nicht da. Wahrscheinlich ist sein Internet abgekackt und er hat physische Probleme. Und nein, physische Probleme hat er nicht. Mann. Wer sagt denn sowas? Das war Spaß. So. Fällen wir mal alle Bäume hier in der Umgebung ab. Ich glaub, die Monster sind jetzt erstmal weg. Außer die Wölfe. Die wauen hier noch ein bisschen rum. Sehr gut. Oh, ich hasse es, dass es nacht ist. Geh mal weg, Wolfie. Du musst hier einen Baum töten. Na du. Ja, du bist ein ganz feiner Hund. Wolf. Wolf. Das ist ein Wolf. Oh, da ist Kohle. Sehr schön. Äh, Moment please. Tja. Der liebe Björn hat gerade ein paar Probleme. Hoffen wir das Beste. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. Ich schreib ihn jetzt einfach mal an. Was los und so. So. Gleich holen wir jetzt erstmal die Kohle. Ja man, Kohle. So, wie gesagt. Schreibt uns unter den Videos, was wir bauen können. Ich hoffe, es kommen irgendwelche coolen Sachen. Okay, jetzt muss ich mich da runter bauen. Ich hab nur ein bisschen Erde dabei. Ähm. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Komm ich von hier aus ran. Ja. Yay, Erfahrung. Oh, ich bin ja schon Level 7. First King of Brawl was short by. Oh. Okay. Björn hat ein Skelett gefunden. Das ist doch schön. Für ihn. He he. He he. Jetzt kann ich ihn auslachen. He he he. He he. He he. He he. He he. Wahrscheinlich sterbe ich auch demnächst. Aber erstmal holen wir uns das Eisen hier. Bauen wir hier mal eine Treppe hin, damit ich da hochkomme. So. Sehr schön. Nein, die muss da bleiben. So, Eisen. Wahrscheinlich fällt gleich Kies auf mich drauf. He he. Da 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 da. Eisen. Und Eisen. Ich glaube da oben war noch ein bisschen Kohle, wenn ich mich nicht irre. Ja, da war Kohle. Sehr gut. Die holen wir uns jetzt auch noch. Ähm. Jetzt muss ich mich mit Stein hochbauen. Mit Glas will ich nicht so gerne. So. Dann sind wir jetzt hier oben. Und dann holen wir uns jetzt die Kohle. Sehr schön. Boah, ist ja richtig schön viel. Da freue ich mich aber. Wenn man gerade erst anfängt mit Minecraft, da freut man sich über alles. Man freut sich über eine kleine Blume, die auf der Wiese steht. Man freut sich über Kohle. Man freut sich über... Worüber kann man sich noch freuen? Darüber, dass der Partner gerade gestorben ist. Das ist einer der schönen Gründe zur Freude und so. Wahrscheinlich erklärt er seinen Zuschauern gerade irgendwas über Abtreibung und so. Oh Gott, wie viel Kohle ist hier denn noch? Ich will langsam mal zurück zum Haus. Falls ich da überhaupt zurückfinde. So. Mitten in der Nacht auf Erzjagd gehen. Ist nicht unbedingt schlau. Oh. Da ist gerade ein... Upsala. Ein Wolfi gestorben. Noch mehr Kohle da oben. Oh, da ist ein Creeper. Da gehe ich erst mal nicht hin. Wir holen uns jetzt die Kohle und dann bauen wir uns wieder hoch. So. Perfekt. Dam, 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 dam. Verdammt, warum habe ich meine andere Spitzhacke zu Hause gelassen? Das war jetzt nicht so schlau. Ah, na super. Doch, ich könnte mir eine Werkbank kurz craften. Upsala. Ja, stimmt ja. Ich muss ja... Boah, ich bin so blöd heute. Oh. So. So. Da, 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 da. Werkbank. Verstöcke. So. Werkbank. Stöcke. So. Stock, stock. Spitzhacke. Sehr gut. Äh, und wieder mitnehmen. Selbstverständlich. Oh nein, ein Enderman. Oh, super. Meine Werkbank runtergefallen. Egal. Oh, geh bloß weg, Enderman. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich gucke dich nicht an. Nein, nein. Scheiß auf den Enderman. Ganz lieber Enderman ist das. Der will gar nichts von mir. Wahrscheinlich hat er nur Hunger. Und sucht sich ein paar Kohleblöcke. Ah, nein. Da muss ich die Kohle wirklich schnell abbauen. Ah. Ah, ist der Tag, oder? Ja, ist der Tag. Oh, der ist noch da. Hat sich irgendwie so einen Block geklaut, der Kleine. Hat keine Freunde, holt sich einen Block. Tja, so sind die Endermans. Naja, so sind sie. So, mal gucken, ob Björn inzwischen wieder... Nein. Oh Gott, was ist denn das für ein Survival-Modus zu zweit? Wow, was wäre ich runtergefallen? Wenn du der eine mitmacht. Das geht doch nicht. Mann, 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 Mann laub mit kohle das ist das laub ja so da ist er ja nee das ist haus hat noch nicht weitergebracht der vollpelz da steht er da ist er ja wohl müssen auch noch nicht gewachsen toll auch er hat doch weiter gebaut hallo so ruf mal an du hoden oh hey hey junge was soll die scheiße ach er ruft gerade an sehr schön meine nimmt er ruft nicht an oder ruft er an ja in der tat er ruft nicht an jörn 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 fail 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 schade abgestürzt schade naja ist nicht mein problem gott ich bin heute aber echt böse hey was haut der mich denn schon wieder nein ich kann gerade nicht du man muss ich mich doch nicht gleich mit dem schwert hauen hier ach ja 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 so ist er ich glaube ich breche mal ganz kurz die aufnahme ab und wir sehen uns dann gleich wieder tschüss ja 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 Vielen Dank.